so dann sind wir zurück für wind wind ist mein element deswegen übernehme ich ein bisschen die züge es ist schwieriges set für wind ich sehe potenzial kann aber auch genauso gut nach hinten losgehen die erste karte ist nämlich genauso dieses nach hinten losgehen wie es nur gerade so geht 50 unterstützer mit experts ist zwar theoretisch also der expert macht die karte besser aber aus trash besser machen ist halt dann auch wieder schwierig experts wenn es das spiel für betritt wähle ein stürmer mit kosten fünf oder mehr aus lege diesen auf die auf das deck des besitzers heißt einer der spieler muss einen charakter oder einen stürmer mit kosten fünf oder mehr spielen ds muss einen auswählen und kann auch eventuell die eigenen stürmer auswählen oder muss auch die eigenen stürmer auswählen denn kein valides target da ist action ability lege es auf die breakzone wähle ein stürmer aus aktiviert diesen und dieser erhält plus tausend stärke bis zum ende des zuges nicht wirklich relevant also ja gut der active ist so ein ongoing theme für wind natürlich daher viel mit activate und dull gearbeitet wird hat schon immer ice damit ausgespielt aber macht die sache nicht besser also es hat bessere karten ja definitiv namens clash problematisch experts immerhin fünf cp gilt was hohes ist jetzt in dem set gerade im draft wieder interessant weil es eben viele hohe gibt mit den ganzen eidolons etc aber da hört es halt wie schon gesagt auch auf ich glaube wäre das ein tab effekt die man immer nutzen könnte wäre es wiederum gut so allerdings ja nicht wirklich sinnvoll ja man kann backup platz wieder frei machen aber nichts was man in der isch und titan wind backup line spielen will also das job prinzessin macht es auch nicht besser die beschwörung oder beziehungsweise hero beschwörung in diesem set sehr sehr hohes potenzial in dieser karte der effekt sagt dass man die fall fahrers nur in der eigenen main phase ausspielen darf beziehungsweise einsetzen darf was schon wieder sehr limitierend ist das heißt wiederum der effekt muss schon sehr hart sein man muss ein cp für fall fahrers zahlen ist schon mal so eine gute voraussatz voraussetzung für eine wind karte dass sie einfach billig ist und wenn fall fahrers eingesetzt wird kann man zusatzkosten zahlen diese zusatzkosten werden dann jetzt gleich relevant man deckt die obersten sieben karten des decks auf und dann darf man ein wind charakter mit kosten von x wurde weniger davon auf das spiel bringen danach werden die aufgedeckten karten gemischt und unter das deck gelegt so reveal seven und spiel irgendwas was dir in dieser situation gerade nützlich ist es ist ein enabler es ist ein richtig guter combo starter es ist cost 1 es ist cost 2 mehr möglich also es ist wirklich wirklich eine gute karte man muss natürlich sein deck darum bauen aber wenn ich jetzt nur mal überlege wenn ich sage ich würde zum beispiel ein klassisches storm deck also mono wind wie es die letzten sets gespielt wird spielen würde ich voll fahrers für 1 cp zahlen und würde 3 cp zahlen und also als x gleich 3 machen um dann solche charaktere wie eben lulu wie eben rosa unterstützer in der backup line dann eben zu treffen also da gibt es genug optionen die wir eben mit 3 cp treffen können und uns dann unseren gameplan voranbringen sie dann opus 16 wird dadurch gehütet die neue belgmene ich habe sie schon ein zweimal erwähnt und die kommt eben auch noch dieses set wird eben das sein also ich finde von fahrers kann wirklich gut sein wichtig ist einfach auch es ist eine möbius karte es ist keine final fantasy 10 karte tatsächlich falls das irgendwann mal noch relevant wird haben wir es da und wenn ich mich nicht ganz täuscht ist das artwerk einfach phänomenal weil dessen black fall fahrers ist sieht auf jeden fall nicht wieder normal aus der normale hat eigentlich rot aber dann ist für die frage ist halt der normal war fahrers in möbius sieht einfach ein bisschen anders aus weil die sind ja in unterschiedlichen teilnehmern mal ein bisschen anders aus und er sagt ja auch nicht dark fall fahrers oder sowas daher ja ja ich sehe auch potenzial in dem deck eigentlich prinzip jedes deck was wind spielt ist er eine überlegung wert einfach weil er wirklich alles aus dem deck suchen kann wenn du weißt was so deine curve ist bei den karten ich könnte mir zum beispiel auch bei barz boku vorstellen für ein cp zahlen dann zahle ich ein cp extra deck 7 karten auf eine cp card ein chokobo wird drin sein ein boku ein eine kosten chokobo ein was auch immer wird da immer drin sein ein weiß magier oder was weiß ich definitiv keine schlechte karte sehr sehr interessant also ich schreibe geradezu nach kombo also alles was kombo macht lieb monowind ja und gerade weil man eben auch das bestimmt so stecken kann dass man halt ihnen als drittes castet die extra kosten zahlt dann aktiviert rosa zum beispiel backups wieder man hat eh gerade von mir aus noch ein paar backups offen die man sonst nicht benutzen könnte kann man die halt noch zusätzlich zahlen und dann halt keine ahnung auf fünf sogar zu zahlen weil vielleicht denkt man ja seinen bismarck auf oder so normalerweise müsste der pay-on-resolution sein also wirklich auch so dass dann wichtig ist dass dann rosa aufstackt also ist ja bei armen und dementsprechend genau rosa aktiviert immer nach einer sammeln zuerst alle backups also das heißt wiederum stacking ist immer sammeln dann rosa das kann gar nicht anders funktionieren regel technisch und dementsprechend hat man dann auch immer wenn man voll vor das als dritten cost macht mit rosa gleich eine volle backup leihen sollte wenn waren das spiel für betritt oder angreift wähle bis zu zwei unterstützer aus aktiviere diese generischer wind effekt bei einem 5 cp stürmer mit neuen kaum ist für limited nicht verkehrt für constructed zu langsam er hat eine special mit einem stürmer auswählen diesen 9000 schaden zufügen für das special also für waren abwerfen und für zwei cp also einmal wind und einmal etwas anderes aber es wird meistens eine wind karte aus der hand sein starker effekt also gerade in limited draft würde ich jeden waren picken den ich nur sehe also das ist ein ist die karte die wahrscheinlich einen hohen impact haben wird einfach weil es auf dem common slot ist weil der special so gut zugänglich ist und weil halt einfach auch dieses betreten ihn zu einem drei cp stürmer macht und er dir jeden zug value generiert bei einem format wo ich sag jetzt mal antworten nicht unbedingt die regel sind richtig also alleine dass er sich dafür nicht dullen muss er hat sofort die special theoretisch ready sobald man ihn spielt man geht davon aus mal vielleicht fünf unterstütze man spielt waren aktiv zwei wind unterstützer wieder zack waren specialist online definitiv sehr gut wie du schon sagst gerade auf dem common slot wenn man draft spielt ist er wahrscheinlich fünf sechs mal unterwegs wenn man ihn selber vier mal sieht dann ja halleluja wenn ich daran überlegt jetzt zum beispiel den opus 23 war eine der schönen strategien man pickt jeden kein also eine common in feuer die man sehen kann weil der eine special hatte einfach nur in abwerfen ein feuer zahlen und man macht 8000 schaden auf den stürmer und das war in diesem set zum beispiel sehr sehr stark weil die meisten stürmer 8000 stärke hatten wir haben ja schon vorhin angesprochen dieses set ist auch ein recht starkes set aber 9000 ist so der breaking point für die meisten und die die 10.000 stärke haben sind im legend slot und die wird man sollte man nicht so häufig sehen also dieser wahn ist definitiv einer der besten removals da sollte man sich jetzt schon wahrscheinlich überlegen man draft spielt ob man die vielleicht direkt von anfang an bisschen auf wind baut und alleine um den gegnern das ein bisschen unattraktiver zu machen wenn die den wahn sehen dass sie halt weniger mit karten haben aber mal schauen mal schauen eben so passen dazu natürlich fft a ne vera das war zu einfach nur weil wir gab es in 512 das erste mal habe ich sie zumindest dort gesehen unterstützer ja ich wollte sagen es ist halt fft a ff 12 fft a 2 spielt alles im gleichen universum dementsprechend ich glaube auch fft und die die völker werden immer die gleichen sein also auch zum beispiel nur ist auch eine klasse aus den teilen der mensch haben wir ja schon gehabt genau also diese ganzen backups hier aus fft a die sind da soweit kongruent also dass der dass das ganze mit den spielen so weit passt der effekt von der karte tönt mich jetzt zum beispiel an also man kann die karte weglegen und dafür halt dann zwei unterstützer wieder aktivieren wenn ein windstürmer das spielfeld betreten hat das ist dann wiederum sie fandet sich selbst und gibt einen backup slot frei das heißt du kannst damit halt einfach schon mal value generieren wenn du eben am anfang vom spiel bist und wenn du sagst jetzt brauche ich den backup slot weil ich zum beispiel eine schokolade aufs feld bringen möchte oder weil das ist irgendein anderen unterstützer sein deren long time value er generieren kann sei es derselbe backup nur du hast einen cast mehr selbst das ist okay genau also sie ist echt eine gute storm karte das muss man einfach mal wirklich lassen das gute ist tatsächlich dass er eben fft a ist und nicht kategorie 12 weil sonst hätten wir tatsächlich mit den sky pirates hier irgendwo eine überschneidung und das wäre wahrscheinlich auch was was skyprice sehr gut machen könnte tatsächlich hast du hier sogar eine kleine einen kleinen loop wenn du drei von denen hast im draft sogar theoretisch ganze mehrere von ihr haben du kannst sie auf dem feld haben spielzeit irgendeinen stürmer indem du sie mitdallst dann legst du sie weg aktivierst zwei unterstützer wieder zwei unterstützer spielst dieselben wieder legst sie wieder weg aktivierst zwei unterstützer spielst sie nochmal legst sie wieder weg aktivierst wieder zwei unterstützer kannst halt theoretisch in einem constructed zweimal machen das sind halt einfach zwei extra draw zwei extra casts wenn man sie halt so in der hand hat wird selten der fall sein aber zumindest so eine kleine spielerei die man sich mal überlegen kann falls man ist die mal in der hand hat und sonst sie tot wäre du hast es genau richtig gesagt die treibt einen cast count nach oben das ist einfach schon alles was tatsächlich im monowind manchmal braucht genau kommen wir genau sie wird eine sehr sehr gute wort karte muss man mal sagen für einen wind cp kann sie sich für einzug raus worten und dann noch einen zukommen der wieder aufs feld und es ist ein 3cp auch der dementsprechend nicht wirklich was macht aber man kann ihn mit einem wind cp wieder aus dem spiel entfernen und dann wieder für zwei worten das heißt wiederum man hat immer wieder warps was jetzt an sich nicht stark sich anhört aber wenn wir gleich noch zum letzten slot kommen dann wird das wieder sehr interessant werden was man mit wort dieses set alles machen kann bzw wie wichtig wort counter vielleicht in diesem set werden könnten also finde ich ist zumindest eine karte die man anschauen sollte die wieder eher combo potenzial hat man darf die karte ist nicht wegen 3cp 8k anschauen sondern eben wegen immer wieder warps counter er ist halt auch allgemein schlecht zu entfernen weil man kann ihn immer wieder wegnehmen also dort steht halt einfach vieles was manchmal auch genug wert ist man sieht es an kardash einfach nur wenn man dem gegner schutz oder vor dem gegner schutz schon entfernt und der gegner will schon to to board clear mann oder ähnliches er kommt dann halt einfach wieder wie du schon sagst war auf karte alleine für wein ist das schon mal sehr interessant weil du hast dann einfach einen charakter den einfach wieder weg warpen kannst und schon kann wenn wieder mehr karten ziehen und noch mal warp counter entfernen und dann kommt da sogar gleich im selben feld wie spiel wieder aufs feld also ja interessant aber dann bin ich gespannt auf die karte die du dann meinst im legend slot schauen wir es weiter da haben wir wieder es war ja es war genau aus wind und die hat es in sich wenn garuda 16 das spielfeld betritt oder wenn benedikt dazu garuda 16 erwacht aktiviere alle unterstützer die du kontrollierst also allein wenn ich sag ich kontrolliere fünf unterstützer müssen ja mal wind sein kann ich mit garuda einfach einen freak also 0 cp 9k body aufs feld bringen und wenn garuda angreift werde bis zu zwei stürmer aus die dein gegner kontrolliert bringe diese auf die hand des besitzers zurück der effekt ist halt hart bunkers ja der ist extrem gut gegen agro matchups es ist ja wieder so ein art bord clear natürlich wenn diese stürmer irgendeinen guten enter the field effekt hat überlegt man sich ob man sie wieder auf das feld bringt aber es sind halt einfach zwei stürmer weniger auf dem feld und wenn man jetzt wiederum sagt lass zum beispiel primal sehr aggressiv werden ich gehe in mono eis rein torgal haben wir ja schon besprochen lässt ein garuda halt einfach auch mit eis cp zahlen ich kann garuda spielen und dementsprechend halt den weg für clive der ja hast hat frei machen also sehr sehr gute karte finde ich da ist hat echt ein meilenweiter unterschied zu schieber ja er ist auf jeden fall auch günstiger von sich aus schon mal ja er erst mal kann inhalt mit fünf backups auch so schon vor free casten ohne irgendwie zu bleiben mit prime wird er wenn sich die sache durchzieht um eins günstiger sein das heißt man kann ein cp noch anders bezahlen oder anders nutzen und ja dann wird es auf jeden fall hart interessant und stürmer zurück auf die hand schicken ist halt nicht immer das optimalste weil es gibt halt wie du schon gesagt hast einige karten die man nicht unbedingt auf die hand zurück schicken will aber dann wiederum sind trotzdem die karten die zurück auf die hand geschickt wurden trotzdem cp die man halt irgendwo gut macht also ganz schlecht ist es nicht immer und es kombiniert sich halt mit karten wie leviathan wenn man wasserwind spielt es kombiniert sich mit karten wie bismarck selbst wo man dann einfach eine karte zieht es kombiniert sich mit wie wieder wasserwind mit dem polypen wenn er geht eine karte zurück auf die hand schickt also da kann man halt sich tatsächlich noch mehr value rausholen wenn man solche karten spielt zumal eben auch der aus dem letzten set der titus der stadt statt 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 deck titus war es glaube ich auch der hat ja auch den effekt wenn eine karte zurück auf die hand geht dass auch eine karte ziehen also da gibt es zum christel glaube ich ich meinte es gab moment da muss ich kurz noch mal nachschauen aber ich meinte es gab auch dass du da auch eine karte ziehen kannst dass da ähnliche polype sondern der und polyp und bismarck zusammen darfst du drei karten sind wenn du eine karte zurück schickst das hört halt schon sehr böse an wichtig ist halt einfach garuda hat so per se kein hast und dementsprechend muss garuda erst mal einen zug liegen um den angreifeffekt zu machen ich sag per se weil der effekt ist tatsächlich eher so semi relevant also beziehungsweise dass das garuda einzug liegen müsste kommen aber dann gleich dazu wenn man benedikt das sehen ja man kann aber auch so einfach hast geben wenn man jetzt sagt man spielt ein zweifarbiges primal deck man spielt zum beispiel eisfeuer und dann kann man halt auch nicht brünnhilder dämoni belias spielen dann ist auch gleich hast drauf ne aber tatsächlich pass auf tatsächlich titus zieht eine und gibt ihren crystal wenn in der karte zurück auf die hand geht also er macht einfach beides aber beide recht aber pass auf mit der wortfindung primal und priming primal sind die opus 14 gut von der karte zu sehr schlechter karte also von diesem standard unterstützer standard kämpfer unterstützer cycle ist diese karte hier eigentlich die schlechtere auch wieder generisch wenn man sie karte ausspielt man sieht eine karte und wenn das vierte spiel für betritt oder als vierter oder fünfter backup das spiel für betritt kriegt kann ein stürmer in diesem zug nicht geblockt werden tatsächlich hört sich ein bisschen an der wämming an vergleich zu den anderen weil die anderen sagen halt diskart eine und oder dal freezer einen und schießt 7000 schaden ich würde es nicht unterschätzen weil wind gerade sehr viele karten hat die sehr viel value mit angriffen machen und auch wieder wenn wir wasser wind gehen gibt es auch noch was und zwar nämlich kartenname sie dann der wasser sie dann der dann drei karten zieht der wind sie dann der einfach mal vor free angreifen kann die karte klauen kann die yuffie die eine karte zieht wenn ninja schaden macht es gibt da schon einige karten die böse sein können oder wenn du zum beispiel gehen wir wieder auf die prime decks die fried kann angreifen kann nicht geblockt werden macht einen schaden schießt 10.000 also auch mit dem wenn du feuerwind spielst ist auch nicht so verkehrt also es gibt einige karten die wenn sie in angriff einfach nur kostenlos durchkriegen die dann nochmal extra value geben und gerade jetzt auch in dem set hier gab es wieder ein zwei die das eben auch machen konnten ich warte ja eigentlich eher mal darauf dass irgendwann so ein tribal deck um die brummen funktioniert also sowas ähnliches dass die endlich mal sowas wie lily set bekommt also dass der job oder der kartenname mal relevant wird das wäre mein traum dann kann ich mir solche karten vorstellen es gab zumindest mal ein deck das die relevant hatte aber auch nur weil sie karten gemillt haben und man hat dann eben das deck gemillt aber das war eine andere zeit und da war ich genug erlaubt ich würde ihn nicht unterschätzen er ist trotzdem eine karte wieder zieht dir einfach eine karte und hat noch einen zusatzeffekt der im richtigen deck tatsächlich interessant sein kann ja und da sind wir zum nächsten dieb ja der bessere dieb sind wir aber schon wieder dabei falscher name aber wieder ein tantalus mitglied und weiterhin das einzige tantalus mitglied ja canon canon fact aber wirklich auch das studio art work ist wirklich wieder schön also das ist ja von der anfangsszene mit der aufführung mit blanc also wirklich tolle kostüme wenn sie dann das spielfeld betritt oder vom spielfeld auf die breakzone gelegt wird wähle einen charakter in der breakzone eines gegners aus entferne diesen aus dem spiel und in diesem spiel also immer kannst du diesen zu jedem zeitpunkt zudem du ihn normal einsetzen könntest einsetzen als wäre er deiner heißt wiederum sie dann klaut weiterhin karten diesmal aus der breakzone und dementsprechend halt auch mit mehr infos also wenn ich jetzt weiß Der gegner spielt krieger des lichts er hat schon nen krieger des lichts vierfarbig in der breakzone das ist ja dieses prime target das ist diese karte die du mit dem 2 cp opus 16 sidan klauen möchtest und das ist wiederum was Das kann diese sidan dir garantieren wichtig ist aber sidan opus 16 lässt sich die karte mit jedem element zahlen dieser sidan hat diesen gleichen effekt aber erst wenn du selbst schaden 5 erleidet hast also dass deine unterstützer die kosten jeglichen cps also die kosten mit den cp jeglichen elements zahlen können heißt du musst die cp aus dem dass eine unterstützer linie dann eben spielen können du kannst sie nicht wie jetzt der opus 16 sidan sie einfach von der hand abwerfen Genau also du musst immer die cp on board ready haben sie dann muss zu dem zeitpunkt auf dem feld liegen macht den tatsächlich diesbezüglich schlechter weil vor allen dingen halt dann interaktions fenster auch ist heißt selbst wenn ich sag ich kann mir eine deiner karten erfolgreich klauen du kannst nicht amatarrasso drauf machen aber du machst zum beispiel unsere neue lieblings sammeln salamander drauf 7000 auf sidan ich habe keine möglichkeit den charakter mit sidan sozusagen auf dem feld zum haben heißt wiederum wenn ich jetzt eine monowind deck spiel und ich glaube eine erdkarte werde ich nie dazu kommen diese erdkarte zu spielen außer ich kaste einen zweiten sidan und dann kann das gleiche wieder passieren richtig ich finde diesen sidan nicht unbedingt gut aber es wird bestimmt irgendeinen deck geben dem dem der dem wunderbar nutzen kann also krieger des lichts könnt ihr ihn halt einfach sehr wahrscheinlich wieder nutzen weil gegen fast alle decks kann man alles spielen weil man alle farben spielt ja die sache ist halt er macht auch keinen konstanten value das heißt der gegner muss nicht sofort mit ihm deal weil er macht das halt einmal und dann nochmal wenn er wieder geht das heißt man lässt ihn einfach eine weile liegen oder entfernt ihn dann anderweitig aus dem spiel wenn man dann halt die option hat indem man dann auf die hand schickt oder ein stack zurückschickt damit er halt den breakzone effekt nicht triggert während der andere sie dann halt keinen breakzone effekt hat das heißt von dem wird man nicht bestraft wenn der dann weg geht wenn man den weg macht dafür wird man halt bestraft wenn der länger liegen bleibt deswegen ist auf jeden fall interessant muss man mal ein bisschen testen ich finde ihn wiederum alt ist wieder der vergleich mit dem feuer wind sidan der feuer wind sidan gibt einem hand knowledge gibt einem auch kein plus der hier gibt einem wiederum wieder einen plus weil man eine zusätzliche hand hat je nachdem was der gegner spielt ist interessant man muss einfach mal ein bisschen rumprobieren und gerade jetzt im draft ist es halt wieder interessant es gibt ja auch einige karten die man dann mit jeden farben spielen kann das heißt wenn man selber zum beispiel eis wind wieder spielt und dann glaubt man sich halt ein dominant oder ein es war und man hat sein sein seinen hund da unten liegen dann ist das alles schon egal welche elemente man hat ja genau das sind solche eine fälle die können funktionieren er ist hier auf dem hero slot er wird nicht oft vorkommen aber wenn er kommt dann wird er in limited zumindest gute arbeit leisten june genau krieger des kristalls im element wind auch hier wieder dieses alternative einsetzen also 2 cp und kristall der 2 cp kosten würde um june aufs spielfeld zu bringen und june hat einfach nur eine protection fähigkeit also in dem sinne auch hier sie kann wieder als starter genutzt werden also ich spiele june aus ich spiele cta aus feuer zum beispiel noch auch wieder eben 8000 damage und habe dabei nicht wirklich was verloren egal was sache ist june ist immer vor fähigkeiten geschützt ist keine sonderlich gute fähigkeit per se aber es ist auf jeden fall eine fähigkeit diemals dead unterschätzen darf vor allem in limited ich wollte gerade sagen also ich würde sie auf jeden fall nicht unterschätzen es gibt tatsächlich einige decks die damit nicht gescheit dienen können tatsächlich ist eine sache die mit der kreier des lichts nicht gut umgehen kann genau dieser effekt weil das einzige was sie dann haben ist sowas wie so eine tschu tschu lane weil sonst sind alles fähigkeiten die irgendwas auswählen ähm dementsprechend ist sie sehr gut und sie ist verdammt hübsch wenn wir eine voll kriegen ich will da auf jeden fall in dips also tatsächlich ist das für mich gerade aktuell die das geilste artwork ich finde sie mega hübsch sehr und sie ist tatsächlich sie ist tatsächlich halt auch nicht nutzlos wie die andere glaube da werden wir uns ein bisschen streiten um die folge aber das kriegen wir hin i cold dips ne kurze haare ist einfach genau mein ding ich mein da hinten sieht man gummi zum beispiel zweimal erinnert so ein bisschen an sie sehr sehr cooles artwork ja und das ist halt ein weiterer krieger des kristalls den kann man jederzeit hinlegen das heißt alleine wenn sie liegt kann man die andere hinlegen und schon hat man 8000 damage passt perfekt je nachdem was halt dann noch bei den anderen elementen noch kommt ich habe es jetzt tatsächlich nicht alle im kopf aber synergie ist auf jeden fall da synergie kann man jetzt hier vom blutsauger netreden es auch wieder ein monster das man eben weglegen kann wenn man mit einem stürmer angreift und wenn das von der blutsauger von spielfeld auf die breakzone gelegt wird darf man in die hand des gegners schauen und eine karte davon ab hast auf die breakzone legen und der gegner darf aber dafür nachziehen und das ist wiederum so eine karte die das zum ersten mal wieder ermöglicht zumindest im wind also bisher hast du ja die karten immer aus dem spiel entfernt hast dafür nachziehen dürfen hier wirst du sogar für den discard gepanischt ist halt wenn ich den feuer wind sie dann ergibt einem hand knowledge was halt ganz witzig sein kann allerdings gibt einem den auch erst beim angriff wenn man das halt so spielt und da ist dann problematisch wenn man halt aber wieder decks spielt eben wie gesagt mit der sumpf hexe mit mira oder ko dann finde ich das kann ich mal so schlimm weil man kriegt halt einfach ein hand knowledge dafür dass man halt eine mira für free aus dem aus der breakzone spielt da ist es halt wieder vollkommen okay man richten vollkommen hand knowledge man kann eine der besten karten raus ziehen und kann dann eben zum beispiel sagen okay ich weiß welche stürmer hat dann weiß ich welche karten nicht für mira zum beispiel brauche welche ich dann vielleicht eher kill möchte wenn er die ausspielt also es ist jetzt nicht verkehrt in so einem deck aber es ist ja die frage hat man den deck slot für diese karte ist aber definitiv nicht schlecht das einzige was halt wirklich ja sag jetzt mal auch hier ist du kannst einen easy discard weil die karte sagt ja effektiv discard dein gegner wirft diese karte ab heißt wiederum wenn ich jetzt sagt ich spiele eis wind wenn dieses deck wieder zurückkommen sollte habe ich jetzt auch wind karten die das noch mal unterstützt zusätzlich zu opus 3 sedan der ja dann auch wieder das sagt kann man wieder parallel opus 12 spielen das sind solch eine synergien die funktionieren gibt aber weitaus bessere karten die das in elbe hatte ich vor allem meinte die lehrte das war so eine der fb karten die mir sehr sehr gefallen hat vom aussehen her aber sie war halt einfach nur leider sehr trash deswegen bin ich froh dass jetzt ein paar karten die endlich mal wieder was können gesundheit okay und das war wieder bei strangers of paradise und das sieht so uncanny aus ja also ich finde das artwerk super über die gesichtszüge lassen wir mal wirklich diskutieren also ist jetzt nicht unbedingt auch meins aber es ist halt wirklich sehr real gezeichnet irgendwo das problem ist der kopf ist nicht klein dafür dass es den saudicken hals hat schau dir mal den dicken hals vergleich zu einem kleinen gesicht vielleicht der hals der hals ist fast genauso groß wie der oberkopf ja das wird der das wird mit den den schatten linien nicht so gut in hand ist der der hals ist schon richtig proportioniert aber vielleicht ein bisschen zu lang also hier hat man den hals wir machen hier kein body shaming machen wir nicht ich finde das das war auch wahrscheinlich bei der neon schon so ein bisschen mein problem dass es ein bisschen uncanny valley aussieht wichtiger wichtiger 3 cp 8 k also in dem sinne obersted wie noch mal was und das ist das wiederum wenn es so viel das spiel betritt kann man ein christel zahlen und wenn man das tut darf man sich einen der zwei fähigkeiten aussuchen also wieder halt eben auswahlmöglichkeiten was ja eigentlich ganz gut sein sollte man darf eine stimme kosten fünf oder mehr brechen oder ein monster brechen beide effekte haben wir zum beispiel auf alexander opus 19 nisamen viel viel besser das hier gibt zwar einen body aber braucht auch einen crystal sehe ich nicht finde ich nicht gut ist wirklich nicht so eine karte die man braucht ja also ich finde es gut dass es halt einen generischen monster breaker wieder gibt ich finde immer noch es müsste ein bisschen mehr monster break geben weil desto mehr monster wir kriegen desto gefährlicher wird es allerdings dass wir dann halt solche bekommen die halt im schlimmsten fall gar nichts machen in anderen matchups das ist halt das große problem und wie schon sagst die karte gibt es halt schon als alexander alexander wurde auch kaum gespielt weil einfach dafür die targets nicht genug da waren alexander ist eine solid one of tech karte das ist halt einfach das aber es gab halt auch den anderen alexander der zwei kostet und ein monster bricht oder dich einen unterstützer aktiviert und eine karte ziehen lässt irgendwie sowas war der eine alexander und der war halt einfach noch mal besser als der vierer alexander auch wenn der vierer alexander umsonst kommen kann ja also es ist halt immer so die frage was ist gerade sache was ist die bessere tech karte ich finde den zweiter cp alexander finde ich auch gut ich bin ja immer noch der beste alexander ist der ein cp aus opus 12 ja aber das ist immer wieder personal preference richtig was keine personal preference ist ist natürlich dass titus wirklich ein neue art deck spornen lassen wird grüße gehen raus ans oder titus 50 stürmer mit wort 5 also auch wieder in extrem langen wort count dafür darf man ihr aber für null cp worten was wiederum auch noch nie so da war wenn ein wort zähler von einer karte eines spielers also egal welchen spielers außer karten damit die los entfernt wird in ferde einen wort zähler von titus also die los kriegt auch immer einen wort counter weniger je mehr wort karten ein counter verlieren also hier wieder grüße an onionite zum beispiel dieser effekt wird nur ausgelöst falls sie das aus dem spiel entfernt wird und falls ein wort counter titus liegt die stürmer mit wort die man selber kontrolliert erhalten hast und die können nicht von beschwörungen des gegners ausgewählt werden das heißt wiederum wenn titus auf dem feld liegt beschützt er die anderen stürmer die eben wort als keyword haben macht sie dann gleich wieder einsetzbar das heißt wiederum 50p 9k stürmer mit hast ist gut ist stark schützt ja deshalb vor allen dingen dann das problem dass man nicht vor abilities geschützt ist und das ist halt wirklich die stärkere protection dafür ist es aber einfacher so dass man eine 50p 9k hester sehr sehr einfach rausbringen wird du hast schon opus 19 angesprochen der nimmt einen counter von einem einer wort karte das heißt lasst titus draußen sein lasst onionite draußen sein es ist mein zug titus verliert den counter weil main phase onionite verliert den counter weil main phase titus verliert den counter weil onionite den counter verliert ich habe wenn auf dem feld oder spielen aus onionite verliert seinen zweiten counter titus verliert einen dritten counter und dann kann ich schon wieder sagen okay ich habe onionite draußen also auf dem feld im gegnerischen zug kann ich onionite wieder warten es ist wieder mein zug onionite verliert den counter titus verliert den counter titus verliert den zweiten counter weil onionite den counter verliert und dann ist titus schon auf dem feld also nur mit diesen zwei karten geht es innerhalb von zwei zügen also vorausgesetzt wenn es in der hand oder auf dem feld aber es gibt ja noch andere wort karten und sobald zwei karten geworbt sind außer titus ist die das im nächsten zug fast schon da finde ich auch sehr stark dass es so schnell kommt das ist mein größter kritikpunkt an dem vincent weil den schnell raus zu bekommen ist echt schwer weil man ff7 stürmer spielen er zwar sehr sind sehr starken effekt aber dann wiederum kommt er halt erst so verspätet rein dass man meistens kaum dazu kommt ich habe ihn einfach nicht zum laufen gebracht obwohl ich es auf biegen und brechen versucht habe und jetzt kriegen wir halt die nächsten karten die echt solide effekte haben und die schnell aufs feld kommen können und ich sitze da und denke mir so warum gibt dir ff7 nicht mal sowas also definitiv keine schlechte karte war bis halt weiterhin so trotzdem so eine sache weil im schlimmsten fall kriegt dann er oder wenn wieder einen blöd getimten amaterasu ab und dann ist alles schon wieder ein bisschen blöd gelaufen aber trotzdem definitiv solide karten muss sagen ich finde es interessant dass er die legend ist der effekt ist nicht schlecht aber legend weiß nicht vielleicht hero hätte gereicht ist aber okay ich gehe davon aus einfach auch ab wegen dem amano artwork dass er deswegen mit schlussler gekriegt hat no 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 job maschinist und mogrin mogrin ist der einzige der hier zählt maschinist gibt es nicht wirklich viel es ist eine ff12 karte genau ff12 in dem sinne hier wieder relevant als job bzw kategorie es ist ein stürmer für 2 cp 5000 stärke und wenn nur das spiel für betritt kann man einen stürmer auswählen den der gegner kontrolliert diesen kann man 2000 schaden zufügen und wenn man schon drei oder mehr karten eingesetzt hat in diesem zug dann kann man ihm stattdessen stärke in höhe von monos stärke schießen er schauen in höhe von monos stärke schießen bei schaden 3 erhält nur noch 2000 stärke heißt wiederum man kann dann auch für 7000 schaden schießen hört sich jetzt nicht nach einem guten effekt an ist es bei weitem auch nicht aber es ist ein effekt den mono wind als removal tatsächlich brauchen kann wobei da halt wie die frage ist ist dafür der slot dann da für den stürmer um so einen fraglichen hit rein zu machen wenn du jetzt mit welfor mit belmain und noch ein paar anderen karten vielleicht einfach bessere removal slots hast tatsächlich sehe ich das weil lulu die stärke von gegnerischen stürmern auf 5000 runter setzt und nun oder 5000 schaden macht das heißt wiederum in kombination mit dem bestehenden package ist es ein removal für zwei cp es ist ein cost counter es ist es ist nicht verkehrt mit mogri ist es sogar searchable also es ist wirklich eine karte die in monowinden heim finden könnte ja in der tat aber man muss halt auch wieder sagen er kompetiert dann halt auch ein bisschen wieder mit der drüade ja und wind wie gesagt hat eh schon so ein bisschen platzprobleme ich weiß nicht ob dann halt ein 5000 und im 27000 der schlag ist so viel ausreicht aber vielleicht also dafür schwierig genug wind was auf jeden Fall nicht so passend ist ist tatsächlich der baut zwei cp reisender und krieger des lichts krieger des lichts das job immer relevant und wenn ich mich nicht ganz täuscht einer der ersten backup krieger des lichts oder in wind kann ich dann doch schon welche geben es gibt es gibt es ja schon seit opus 1 das backup ja nein das spannende stimmen opus 1 ja 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 opus 10 oder jahr 10 waren backup es gibt einfach den voll im backup dem slot dem aktuell wenn man wenn es gibt es gibt den arc als backup wenn man den da spielen möchte was tatsächlich interessant ist ich glaube der hat wieder dieses problematische englische wording also das deutsche wording wo es wieder so ist wenn eine aus dem spiel entfernt wird aktiviert diese und nicht falls eine karte aus dem spiel entfernt ist aktiviert diese lass mich mal kurz noch mal reinschauen hier aus der gern tun weil so hört sich das sehr komisch an if any cards your own are removed from game ja also das wieder ein das schlechte deutsche wording hier leider genau warum auch immer die das so schlecht gewollt haben im deutschen auf jeden fall auch wieder so ein free cost der kommen kann ja genau er kann es aber sein nicht wirklich relevant und es gibt bessere boards ist richtig ich bin gerade tatsächlich am überlegen lassen wir mal ganz kurz was nachschauen ob es wie gesagt einen anderen bad gab in der backup line ich glaube aber nicht ja opus 10 doch war da im backup trainer ja aktiviere alle deine wind charaktere oder unterstehen ja der ex burst 4 cp aber ist dann auch fraglich wie weit das besser ist ja ich bin halt einfach nur am überlegen ob man halt einfach den bads vielleicht im zusammenhang mit dem anderen mit dem hero bads aus dem vorherigen set spielen kann dass man einfach sagt hey man hat ein special target und wenn man den stürmer nicht mehr braucht kann man halt stattdessen im backup hinlegen hat man halt einen weiteren winz slot hat nicht nur wohl oder king tycoon aber ne definitiv eher schwachsinnig die idee zumal der effekt halt einfach nicht so effektiv ist in einem krieger das lichtsteck weil man selber nichts entfernt effektiv ist dafür aber die nächste karte benediktar wenn sie das zufällig betritt er ist ja als bis zum ende des zuges und sie ist die zieht zu garuda erwacht okay genau sie braucht nur ein cp um zu erwachen also sie kostet halt drei cp und sie braucht ein cp um zu erwachen genau wie erwartet ist also dementsprechend wieder ein cp günstiger als wenn ich garuda selber ausspiele erst schlag hat sie eben solange sie normal ist wenn sie dann erwacht haben wir ja schon beim letzten mal festgestellt dass sie dann eben den erst schlag verliert aber schaden drei wenn benediktar das spielfeld betritt erhält benediktar hast bis zum ende des zuges das heißt wiederum dieser effekt bleibt auch wenn sie zu garuda wird und das macht garuda um so vieles besser weil dieser angreifeffekt einfach gleich online ist sobald man benediktar eben erwachen lässt man muss man muss es über benediktar da machen ab drei schaden das ist so der einzige nachteil davon das heißt man kann nicht garuda einfach so spielen das heißt man gibt ihm halt wieder mit dem unibelius oder sowas hast aber das ist definitiv sehr stark und alleine das ist schon der grund warum ich sage nur noch wird keinen platz finden beziehungsweise kann ich mir vorstellen dass das nicht in die gleichen decks passt kann sein aber ich glaube du könntest auch im monowind einfach sie und garuda rein splaschen und hast halt einfach dann den hast removal von zwei stürmern ich glaube dass es nicht so verkehrt auch im monowind nicht mal du halt dann auch gleich wieder alles aktivierst das heißt du hast garuda der zwei karten remove du hast dann vielleicht den titus noch drin der noch was eine karte zieht was den bismarck drin der vielleicht noch eine karte zieht und du hast dann halt wie gesagt auch gleich wieder alle fünf backups aktiv ich liebe eugl zurzeit mit einem monowind variante die eben nicht auf das typische storm abzielt sondern einfach eher gut gut gute stürmer spielt da haben muss man zugeben dass man in wind nicht unbedingt die beste auswahl hat aber man hat zum beispiel opus 18 die wiederum einfach nennen also wirklich starker stürmer ist und mit benedikt da hat man jetzt die nächste in der reihe und das sind so zwei drei karten an dem entsprechen wenn man garuda mit zählt die man wirklich da beachten muss und ich kann mir auch gut vorstellen dass so ein deck sei es drum ob es das jetzt wirklich funktionieren kann oder nicht eine chance in der meter haben könnte ja also ich sehe das tatsächlich auch als sehr gefährlich weil wenn man da garuda einmal draußen hat und sie schon zwei stürmer removed hat wenn man in dem zug nichts machen konnte hat man dann vielleicht keine stürmer mehr dann muss man halt erst mal wieder stürmer hinlegen und wenn die nicht direkt wieder mit garuda dealen schickt garuda die einfach direkt wieder zurück also sie ist dann halt einfach ein flat gate die die ganze zeit sagt schickst du alles wieder zurück schickst du wieder zurück schickst du wieder zurück bist du halt garuda erstmal wirklich out ist und das können nicht alle decks so easy deswegen ist das tatsächlich ziemlich gefährlich und da sind wir auch wieder in einem punkt mit drin mit dem anderen mit dem backup mit dem mit dem deep backup wenn man sie nämlich spielt und vorher vielleicht den backup spielt und sagt sie kann jetzt auch nicht geblockt werden das bleibt auch auf ihr dann kann garuda halt auch angreifen und selbst wenn er drei starke stürmer auf dem feld hat kann sie halt in dem moment nicht geblockt werden oder auch nicht durch einen hinterangriff irgendwas gemacht werden oder irgendwas einzige der einzige nachteil den garuda oder benediktat tatsächlich hat ist dass er in der schaden drei effekt folgt das ist eine autofähigkeit das heißt wiederum hier haben wir ein interaktions fenster genauso wie bei chill kann also dementsprechend das priming auch verhindert werden indem man sie halt einfach vorher schon in amaterrazo weg schießt gut kommen wir zu amaterrazos next best friend belgemene okay äh ja markus feiert diese karte schon sehr hart ich finde sie auch sehr gut sie ist auch eine legend sie kann nicht von beschwörung ausgewählt werden was schon mal sehr gut ist weil ansonsten würde jede beschwörung die auch nur ein kleines verzichten schießt sie sofort killen wichtig von allen beschwörungen du kannst du nicht mal mit chocobo zurück in die eigene hand nehmen okay das macht sogar sie ein bisschen schlechter wenn du in deinem zug die zweite beschwörung einsetzt wähle bis zu zwei stürmer aus die kriegen 4000 schaden wenn du im zug die dritte beschwörung einsetzt wähle bis zu drei stürmer aus wenn gegner kontrolliert und der gegner legt diese beliebige reihenfolge unter das deck eine ein sehr sehr starker effekt den man auch ums umspielen kann in dem man halt sagt okay man spielt erst zwei summons dann spielt man belgemene aus dann spielt man die dritte sammeln aber wie man schon sagt jedes jeder amaterrazo jeder leviathan der sie dann negiert macht den ganzen zug letzten endes komplett zunichte weil man im blödesten fall in dem zug gerade vier karten gespielt hat um möglichst alle karten wegzukriegen oder drei karten wegzukriegen und dann hat man auf einmal nichts weggekriegt und ich habe das im feuer video schon angesprochen ich sehe feuer wind kommen und belgmene ist tatsächlich eine der gründe dafür und zwar nicht der dritte effekt also beziehungsweise der drei cast effekt sondern tatsächlich der mit dem eben zweimal 4000 schaden schießen weil das einfach dieses ping ist und der gegner meistens eher damit rechnet ja der gegner wird ja noch einen dritten cast machen oder einen dritten spell dritten zusammen und man muss es nicht tun man kann aber man muss es nicht und wiederum wenn ich sage okay ich lasse die 4000 schaden durch ja ist toll und ich kann dann gut genauso gut sagen ich mache zum beispiel cast 2 salamander 7001 4000 5000 das andere bei mir 4000 drauf damit ich einen 9000 zum beispiel und noch einen 9000 da killen kann und wenn dann noch einer auf dem feld liegt ein stürmer kann ich genauso gut dann über irgendeine auto abilities oder irgendwelche anderen fähigkeiten dann eben aufs kreuz nehmen und der gegner hat dadurch dann sein fenster verpasst um mit belgmene zu dealen und dann komme ich daher und spiel mir nur natürlich das ist natürlich was anderes also für unsere lokale meta wird das nicht funktionieren ganz klar definitiv eine gefährliche karte die man im kopf halten muss karten wie amaterasu und co werden immer wichtiger es ist einfach so ich finde auch inzwischen weiter den leviathan sehr sehr gut auch wenn er manchmal den stürmer nicht killt man kann oftmals stürmer auf andere artenweisen killen aber einfach karten wie belgmene ist halt auf jeden fall eine sache die man stoppen muss aber auch da sind wir wieder an dem punkt es gibt viele karten die das umspielen können wie du schon gesagt hast es gibt einige karten die eben nicht ausgewählt werden können darunter jetzt eben diese neue crystal karte der namen ich mir merken sollte wenn ich sie schon so mag yume kann nicht ausgewählt werden das heißt sie countert das ein bisschen aus mein cloud countert das ein bisschen aus es gibt ein paar andere karten die das auskontern kriege das licht mit dem neuen krieger das licht zum beispiel es ist halt ich finde die belgmene trotzdem einfach eine gute karte weil sie den gegner fordert sie fordert den gegner und das wird wirklich dieses interaktionslevel nochmal erhöhen ob ich jetzt bei meinem zwei summens pro zug bleibe oder ob ich nochmal auf den dritten hochgehe weil wenn du jetzt sagst du willst schon den zweiten effekt oder auf zwei sammeneffekt dein amaterasu machen kaste ich nochmal eine sammeln obendrauf und dann triggert der andere effekt hast du dann nochmal genug um noch einen amaterasu zu casten oder einen leviathan oder sonstiges ist es dann eher so und dann die frage willst du für einen 1 cp stürmer 3 beziehungsweise 6 cp hinschmeißen weil wind wird nicht das tempo verlieren dadurch dass es summon castet und da sind wir auch wieder beim nächsten punkt man kann natürlich auch den valfaris spielen als zweite summon wenn dieser dann belgmene aufdeckt wenn man halt gesagt hat ich hab nur 1 gezahlt oder 2 gezahlt oder man zahlt halt 3 und findet sie dann und denkt man das besser bringt man sie aufs Feld dann ist das deck abgearbeitet und dann kann sie halt entsprechend den dritten cast casten und ich könnte mir sie tatsächlich auch in zum beispiel Batswoku vorstellen indem man sie dann rauscheaten kann könnte definitiv auch ganz witzig sein sie braucht halt Setup das ist halt einfach das richtig aber das ist nicht so schwer in solchen Decks weil Batswoku braucht sowieso ein bisschen Setup und mit belgmene hast du dann das Setup aber muss man halt gucken ist auf jeden Fall eine gute Karte ja also belgmene ist die Karte auf die man in Mono Wind oder beziehungsweise allgemein in Wind Varianten jetzt sehr achten kann und muss ja auf jeden Fall und ich finde es immerhin fair dass man sie mit Chocobo nicht so einfach klären kann weil ich finde Chocobo ist immer noch einer der stärksten Summons die es gibt ja oh Gott schon wieder ein Minwoo gut dass wir gerade von ihm gesprochen haben hier haben wir 4 CP The City of Final Fantasy und eben Final Fantasy 2 die Kategorie 2 Stürmer außer Minwoo die du kontrollierst halten diese Stürmer kann nicht von Fähigkeiten eines Gegners ausgewählt werden also auch wieder Protection auf der Seite hier was Minwoo ja eigentlich ganz gut machen kann wenn Minwoo das Spielfeld betritt ja instant die belgmene Kontrakarte als nächstes wenn Minwoo das Spielfeld betritt wähle einen Kategorie 2 Stürmer außer Minwoo in deiner Breakzone aus falls diesen Kosten leichter oder geringerer Anzahl an Unterstützer sind die du kontrollierst bringe diesen auf das Spielfeld also ist es halt auch wieder eine Karte die das Floor äh Board Flooded Kategorie 2 Stürmer der hier natürlich zu nennen ist ist entweder Guy ähm in Feuer oder dann eben äh der Leon der in Wind ja zu Hause ist beide bringen andere Karten mit aufs Feld und da sind wir halt wieder in dieses die Rebels kommen nie alleine aber Minwoo ist halt Weißmagier also im Endeffekt der hat keine Job-Synergie was das Ganze wieder ein bisschen schwierig macht bringt Rebels bei Weitem nicht dahin wo sie hin müssen aber ist zumindest ein bisschen was ja was ganz interessant ist dass er eben auch äh kostenmäßig farbenmäßig vollkommen egal ist das heißt man kann auch Karten wie den Multicolor Emperor spielen den man sowieso schon walken kann ohne irgendwelche Kosten ähm der kann den dann einfach wieder ausspielen ähm er kann auch Karten natürlich wie Phyreon ausspielen den Multicolor er kann aber auch den Nuggets Emperor ausspielen er kann eine Maria ausspielen der hat schon ein paar gute Targets drin ähm oder auch Leila mit den Pirates also da gibt's ein paar interessante ähm Karten die man mit dem rausholen kann auf jeden Fall ich schau gerade noch ob es noch irgendwas cooles gibt ja mein Dunkelheitsimperator kann man mit dem rauscheaten ähm ja hat ein paar gute Targets tatsächlich dass er mit den Imperatoren äh synergiert ist einfach schlöpferlich ja also wenn man fünf Backups hat kann man halt einen Dunkelheitsimperator ausspielen der dann wenn der geht wieder einen anderen Imperator ausspielt das ist schon ganz witzig ja also dabei sind ja die canonically Antagonisten also Gegenspieler ne und dann halt so ein Protection-Effekt ist sehr interessant vielleicht spiele ich doch wieder äh Wind, Erde, FF7 und spiele dann den Imperator drin und spiele dann den Mino um mich zu beschützen nein das ist so Blödsinn mach's den nicht Flügel-Dämon 1 CP zusammen mit X-Burst ähm ich sag dir ganz ehrlich diese Karte zusammen mit ähm Wahn wird in Limited alles kaputt machen mit Wahn dem äh Crystal oder welchen? ne äh der was er dann sagt äh aktiviere zwei Unterstützer und wenn du wenn er kommt und wenn er angreift und dann eben die Special hat mit 9000 Schaden weil eben Flügel-Dämon sagt X-Burst wähle einen Stürmer aus den dein Gegner kontrolliert das schon mal sehr gut haben wir jetzt in diesem Set gelernt füge diesen 3000 Schaden zu suche einen Karten nach dem Flügel-Dämon und füge ihn in deiner Hand hinzu heißt wiederum für 1 CP ich mach 3000 Schaden und hol mir eine weitere Karte aus dem Deck ähm lässt halt in Limited den Gegner nicht mitspielen ähm ich will grad ich will grad sagen also ähm das Ding ist auch wieder es kommen ja das ist ja das das heißt auch den kann man halt sehr oft ziehen das heißt den kann man wirklich 6 mal im Deck spielen und dann 6 mal hintereinander casten ähm und erinnert mich so ein bisschen an Valfaris mit Juna nur dass er halt nicht äh die Backups alle reaktiviert aber halt dafür sich selber sucht während man die Valfarisse damals halt äh auf der Hand kippen er gibt dir halt wenn man es wenn man es irgendwie rechnen möchte gibt er dir beim ersten Cast plus 2 CP oder plus 1 CP theoretisch auch nicht weil du castest ihn ja das heißt du verlierst halt die 2 CP und dann ja du musst die ganze Zeit dann 1 CP damit der Gegner 3000 das ist halt jetzt wird es ein Backup dullen um 3000 Schaden zu schießen aber du verkleinerst halt auch dein Deck nebenbei genau was halt äh auch meistens was die meisten Kartenspieler wissen nicht so schlecht ist ein kleineres Deck zu spielen vor allen Dingen jetzt überleg mal du packst diese Karte in Limited 6, 7, 8 mal in dein Deck rein ja je nachdem wie er auf der Halt kommt und das heißt wiederum ich caste 3 von denen ich mache 9000 Schaden es killt ziemlich alles in diesem Set ja und im nächsten Zug mache ich das gleiche einfach nochmal weil ich die nächste Antwort schon gezogen habe oder mir rausgesucht habe also Limited ist der phänomenal in Constructed nee nee willst du nie dass deine letzte Searchkarte sozusagen dann das ist was du also dass du keine Optionen hast ja das hat man zu Opus 6 mit Ruproomer Soldat aber das ist nicht mehr Opus 24 ja das sehe ich genauso für Limited ist Mono Wind tatsächlich ein Deck was man niemanden draften lassen darf das wird glaube ich zu schnell eskalieren also Pro-Tipp wenn ihr irgendwas macht Mono Wind oder halt dann eben Primals is the way to go ja die Sache ist natürlich man kann halt auch wieder sagen gut ich drafte extra keinen Wind weil halt die anderen sich alle Wind zusammen draften aber das ist halt wie das Spiel mit dem Feuer weil dann macht es vielleicht doch keiner und dann hat auf einmal wieder alle einer alle Sojes weil sich keiner getraut hat die zu sammeln weil ich dachte der kriegt alles und kriegt man aufs Maul und andersrum es reicht es reicht tatsächlich wenn du sagst du hast einen Windunterstützer und kannst halt dementsprechend oder zwei Windunterstützer und kannst deine Windkarten irgendwie nutzen ja gut das war auch das Ende mit Wind ja Wind definitiv sehr gefährlich Begemene Benedikta sehr sehr gefährlich Jume eine mega hübsche Karte wahrscheinlich meine favorite Karte aus dem ganzen Set bisher alleine vom Artwork her Tidus war ja eine Card of the Week also ein Artikel von dem Game Designer Kageyama und ich weiß nicht ob du den Artikel gelesen hast oder nicht er hat halt den Artikel damit beendet dass er sagt er wünscht sich dass Warp jetzt mehr Turnierplay sieht schauen wir mal ob Tidus das stemmen kann ja ich glaube tatsächlich aktuell noch nicht aber er ist auf jeden Fall keine schlechte Karte es wird es wird so ein Deck werden das man gerne spielen möchte aber es wird nicht das Power Level haben wo man hin muss ja mich haut hier tatsächlich nichts wirklich hart vom Hocker aber was halt krass ist ist dass Garuda und und Benedikta beide rare sind das ist halt sehr sehr gefährlich weil also Garuda von also die Kombination zumindest hätte tatsächlich ein Legends Slot verdient ja ähm ansonsten haut mich jetzt nichts so hart vom Hocker es sind ein paar richtig gute Karten dabei aber auch sehr viele harte Nischkarten deswegen weiß ich noch nicht wie ich das sehen soll aber als Mono Farbe ist das jetzt für den Draft auf jeden Fall sehr sehr gefährlich ähm und es gibt halt einige neue Tools die für Mono Wind sehr interessant sind dann würde ich doch einfach sagen war das doch ein guter Abschluss und wir schauen einfach mal was Erde uns dann bringt jawohl dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wenn wir Erde machen ähm wir haben diesmal wieder ein bisschen länger gequatscht diesmal sind wir bei 6,50 Minuten aber ist halt so also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Erde bis denn bye bye